Hallihallo, hallöle, ich hab mir jetzt mal da ein neues Texture Pack drauf gehauen und es sieht doch alles gleich schöner aus, es ist das Misa Texture Pack und ja, es wird gerade Nacht und ja, was hab ich denn hier Cobblestone, ja, ich würd sagen, ich mach mir mal gleich einen Ofen und damit wir auch ein bisschen was einschmelzen können so, zack, Ofen, so, den machen wir mal, stellen wir mal direkt daneben so, dann können wir gleich mal hier, da oben und hier so, dann können wir gleich mal ein bisschen Eisen einschmelzen damit wir uns auch, äh, damit wir Schafe ernten können und dann einfach mal die Nacht überschlafen können ja, ich hab mich hier mal ein bisschen eingerichtet und ich brauch auf jeden Fall noch ein bisschen ähm, 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 was brauch ich denn? ach ja, genau, Stein brauch ich wahrscheinlich seht ihr jetzt nicht viel, ich seh nämlich auch nicht viel so wo war die Höhle? nein, da war sie nicht oh man, ich seh überhaupt nix hallo, ich möchte hier einen Fackel, dankeschön ich hab so das Gefühl, hier war sie aha das leuchten wir doch gleich mal ein bisschen aus so dann können wir vielleicht nochmal in die Höhle oder ach ne, komm ich, äh, mach hier erstmal ein bisschen ähm Kohle weg mir fehlen die Worte und ich hol mir jetzt erstmal ein bisschen ähm, ein bisschen mit der Hand Handkloppung hol ich mir jetzt erstmal ein bisschen Erde äh, ja um dann hier mal ein bisschen voranzukommen und, äh, mal ein bisschen was zu überbrücken hier das kann ja so nicht bleiben ich weiß nicht, seitdem ich das Texture Pack drauf hab, ruckelt das irgendwie alles so ein bisschen ich weiß nicht, ob euch das auffällt ich hoffe nicht so, ich mach das hier mal grad mal ein bisschen super da hab ich natürlich extrem viel mitgenommen und ach man, das kann doch nicht sein so, rein damit ich weiß nicht, irgendwie ruckelt das seitdem diese ich das Texture Pack drauf gepackt hab ich glaub, ich muss mir da nochmal was überlegen so ähm, ja ist denn hier da wollen wir nicht rein alter, sind hier viele Pilze unglaublich so, schauen wir mal das Eisen müsste ja jetzt mittlerweile fertig sein und dann können wir uns gleich mal eine Zange erstellen eine Zange, eine Schere es ist fertig sehr schön ähm so und so und jetzt haben wir gleich mal eine Schere ach, fucken hab ich auch gar nicht mehr das ist ja cool seh ich auch gerade dann machen wir uns doch nochmal ach komm 64 wir wollen ja nicht geizen, ne das passt schon und wie gut das jetzt Nacht ist ich seh nämlich keine Schafe cool ähm ja dann würde ich sagen laufen wir doch mal ein bisschen in die Höhle um dann ein bisschen die Höhle zu erforschen logischerweise fangen wir mal an hier links äh lang zu gehen mal schauen was hier ist achso ich hab die Monster immer noch aus weil ich nehm jetzt gerade die zweite Folge auf und ja das kommt aber wenn ihr das wünscht im cool hier ist nichts äh das ja das kommt wie gesagt also es kommt noch ich denke mal wir müssten wir werden die Monster mit Sicherheit noch anmachen weil sonst wäre es ja langweilig oh hier ist noch mehr das ist super dann bauen wir das doch auch gleich mal ab um uns gleich mal ein bisschen Kohle zu sichern das ist ja super ich hoffe ich komme hier danach wieder raus naja komm einen Block habe ich ja noch ja damit komme ich gerade noch raus Glück gehabt so ihr werdet jetzt vielleicht nicht viel sehen aber ist auch gleich vorbei also von daher schmeiße ich hier jetzt mal schnell den Block hin und laufe mal hier wieder hoch dann nehmen wir komm wir nehmen wir den hier noch mit den nehmen wir auch noch mit sollten wir vielleicht das nächste Mal eine Schaufel mitnehmen ach diese Kackkühe lauf lauf du Kuh lauf ähm gut dann gehen wir mal hier weiter ach wie doof war das denn und schauen wir uns mal ein bisschen hier in der Höhle um da ist nichts mehr und hier ist auch nichts das ist ja super das ist ja eine Mörder geniale Höhle so wie sie sein soll ne würde ich mal sagen und und ach komm du Kackkuh hau ab Schwert sollten wir uns auch irgendwann nochmal machen damit wir dann gegen die Monster auch gegen ankommen ja es ist immer noch dunkel und es ist immer noch Nacht die Zeit werde ich nutzen und werde hier mal ein paar Fackeln aufstellen vielleicht kommen ja irgendwann noch ähm irgendwelche Schafe und super die gehören also alle zusammen ist ja interessant mein Gott ich sehe hier überhaupt nichts komm dann nehmen wir den Baum gleich mal weg hier sobald Schafe da sind werde ich mich sofort ran machen und ähm dass wir ein Bett bekommen war das der letzte? ne war nicht der letzte das war der letzte so hier ist nichts mehr ja wie gesagt Schafe wir brauchen Schafe ich baue hier gerade mal ein bisschen Holz ab weil ich würde sagen wir bauen uns einfach mal eine Holzhütte gut das war es auch schon super und ähm Nacht die Nacht ist gleich vorbei schneller Nacht schneller geh schneller vorbei ich laufe hier einfach mal ein bisschen hier lang mal schauen super schön ins Wasser gesprungen was hier noch so ist auf dem Weg können wir hier gleich mal ein paar Fackeln anbringen was eigentlich aha noch eine Höhle was ist denn das hier? ach wir gucken nachher mal das bringt jetzt auch nicht so viel wenn ich hier überall Fackeln hinstelle ähm deswegen warte ich jetzt auf Schafe ja ich warte auf Schafe das ist natürlich auch extrem cool wenn hier nur Kühe sind ah dann nehmen wir doch schon mal die mit das ist ja super und dann können wir nämlich gleich oh hier habe ich eine übersehen gleich neue Bäume hier hin pflanzen Moment den haben wir dann Achtung die können wir da mal weghauen so oh ne Kuhfälle können wir nicht pflanzen logischerweise dann knallen wir das hier mal alles mit Bäumen voll und es wird wieder hell jawoll hier noch einen hin und ja es wird wieder hell wir sehen wieder was sehr schön sehr schön denn können wir jetzt auf die Suche nach Schafen gehen Gott wie viele Pilze ist ja unglaublich auch da hinten gut ich laufe mal ein bisschen in die Richtung hier war unsere Pseudohöhle vielleicht finden wir hier irgendwo irgendwo Schafe nein hier sind nur tausend Kühe super ich brauche keine Kühe nehmen wir das mal mit ein bisschen ähm ähm Bambus Bambus war das Wort was ich gesucht habe ist hier etwa noch eine ne hier ach hier war das Lava stimmt ja ich hab auch noch mal ne ich hab noch ne Idee wir könnten auch theoretisch uns hier ein Haus bauen mit einem Lava Boden also ein 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 mit Glasboden und da unter Lava das wäre auch noch mal das wäre auch noch mal ziemlich ziemlich nobel wäre das so so und ich brauch jetzt Schafe vorhin hab ich welche gesehen jetzt sind hier keine mehr war ja wieder klar das was man braucht ist nie da Schafe 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 wo sind denn die ganzen Schafe nein keine Kühe Kack Kühe ich brauch keine Kühe ich glaub springen wir hier mal ein bisschen hoch mal schauen was wir hier noch so haben weg damit so also ich finde ich wir haben eine ganz gute Welt getroffen meiner Meinung nach das sieht alles hier ziemlich geil aus da wollen wir unser Haus hinbauen wobei ich noch am überlegen ja doch komm wir packen das da hin und hier ist schon Wüste das ist ja ziemlich genial also ich finde die Welt echt klasse muss ich sagen ja gut ähm suchen wir mal weiter Schafe die Hauptsache ist ich finde nachher noch zurück Frames gerade ein bisschen eingebrochen ach komm das kann doch nicht sein hier müssen doch irgendwo Schafe rumlaufen warum hab ich denn vorhin hier tausend Millionen Milliarden gesehen und jetzt sehe ich hier gar keine mehr das ist so eine Frechheit nur bestimmt wegen diesen ganzen Kackkühen weil die hier alle sind dann baue ich mir gleich mal ein Schwert und schlachte hier alle Kühe ab weil ähm ja weil die keine ey das kann doch nicht sein lauf weg lauf ab in die Lava na los da haben wir gleich haben wir sie da haben wir sie so haben wir gleich noch ein bisschen so nehmen wir das auch gleich erstmal mit und ich laufe hier gerade ein bisschen planlos rum weil ich immer noch auf der Suche nach Schafen bin aber ich könnte ja in der Zeit in der ich hier diese Schafe suche auch mir auch mal ein Haus bauen oh das ist ja auch geil na ihr Kackkühe oh ich kann sie natürlich nicht ärgern ich wollte sie gerade noch ein bisschen ärgern jetzt so egal ähm wir brauchen Holz 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 ist hier genug wir bauen jetzt als erstes mal Holz ab und dann bauen wir uns daraus mal ein schönes Haus würde ich mal vorschlagen damit wir auch eine Nachtbehausung haben und unser Bett wenn wir irgendwann eins bekommen nicht so ganz planlos in der Gegend rum steht nehmen wir als nächstes mal den hier zack und zack und zack und zack und so das wäre es dann auch mit dem Baum gewesen und wir laufen mal ein bisschen in die Richtung vielleicht finden wir irgendwann Schafe ach komm ich baue mir jetzt mal ein Schwert man kann ja nie wissen so Schwert ne das war falsch so geht glaube ich ein Schwert jawoll so die können wir mal wegschmeißen brauchen wir sowieso nicht und vielleicht gibt es in der Richtung hier ja ein paar coole scharfe 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 Vielen Dank.